An der Hochschule Niederrhein gibt es den Bachelor of Arts oder den Bachelor of Science. Bei Schafrath gibt es jetzt den Bachelor of Grill. Und zwar in der neuen Koch- und Grillakademie, hier in den ehemaligen Reitstallungen der Polizei. In vier Stunden bekommt hier jeder, der Lust hat, das Zertifikat zum Bachelor of Grill. Profis unterstützen die Teilnehmer auf dem Weg zum perfekten Steak. In historischem Ambiente und mit hochwertiger Ausstattung. Als die Schafrath das damals gekauft haben, haben sie das schon als Eventhalle teilweise vermietet. Und irgendwann kam man dann wirklich auf die Idee zu sagen, was kann man hier aus dieser tollen Location noch alles machen. Da hat sich so eine Koch- und Grillakademie natürlich angeboten. Nach langer, langer Bauphase, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir soweit fertig, ist das jetzt raus entstanden. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen umguckt, mit welchen Gräten wir draußen hier drinnen grillen, ist das wirklich vom Beefer über den Green Egg bis den Mercedes unter den Weber-Grills, die Summits. Wir haben alle möglichen Grills, die es so gibt, gerade auch vom Weber, benutzen wir hier für unsere Grillakademie und zeigen da den Leuten auch den richtigen Umgang mit dem Grill. Michael Turzis und Marcel Blum leiten die Seminare. Die beiden sind Profiköche. Am Grill macht ihnen so schnell keiner was vor und davon profitieren auch die Teilnehmer. An der neuen Akademie gibt es aber nicht nur den Bachelor auf Grill. Schafrath bietet verschiedene Grundkurse an und für die, die nicht das erste Mal am Grill stehen, gibt es sogar den Master auf Grill. Wir bieten einen Bachelor- und einen Master-Grillkurs an. Der Bachelor natürlich als Einstieg, der Master dann für die Fortgeschrittenen, die dann sagen, der Bachelor, der ist mir zu einfach. Und ich persönlich leite die Gourmet-Kochkurse. Das heißt, wir werden ein Vier- bis Fünf-Gang-Menü kochen mit anspruchsvollen Gerichten und Komponenten wie zum Beispiel Jakobsmuscheln, Entenbrüste, werden dessertmäßig was Schönes machen und dann werden wir das saisonal und regional dann aufbauen. Weil es so viele Kursmöglichkeiten gibt, ist die Koch- und Grillakademie für jeden geeignet. Egal ob blutiger, Anfänger oder leidenschaftlicher Hobbygriller. Also alle Leute, die wirklich Spaß haben zu sagen, okay, mit meinen Freunden möchte ich Junggesellenabstieg feiern oder ich möchte einfach meine Firma einladen, um die auch mal ein bisschen näher an uns oder an die Firma zu binden, ist das halt immer sehr schön als Teambuilding gedacht. Also alle wirklich, die lecker essen, gerne trinken, die gerne kommunizieren und die einfach Spaß an leckerem Essen haben, sind hier bei uns immer herzlich willkommen. Die Leute sollten zu uns kommen, weil wir, denke ich mal, eine ganz besondere Location bieten und wir uns als Dozenten sehr unterscheiden. Das heißt, der Michael Tosis, der ist extrem für die Grillkurse da und fürs Barbecue und Smokern und ich bin wirklich für die Gourmetkurse da. Und ich denke mal, hier in der Umgebung sind wir relativ einzigartig von der Location und für das, was wir hier vermitteln wollen und werden. Weitere Infos und Preise zu Schafrads Koch & Grill Akademie gibt's im Internet